Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 10. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 16. Ich habe das jetzt gar nicht mehr gesehen, dass der einen Fehler macht. Ja, ja, wie im Letzten. Der braucht hier nicht mehr laufen. Der hat das letzte Mal schon gesagt. Ja, aber hat das keinen Sinn. So stand es ja auch schön los. Man sagt, die Fäße oben kommen, man bremst da oben. Und dann der Dreck vom Kopf. Dann haben wir auch nicht zu, dann ist der Weg, aber niemand der Hand ist zurück. Aber was war denn mit dem Muster? Was war denn da? Nö, die haben wir. Ich war ja schön dahinter, zwei Spuren. Die mogen sich beide beiseite. Die ist ja auch nicht so alt, wenn die nicht mehr zu sehen. Und dann haben sie sich beide zackt, die zwei in die Ruhe raus. Die gehen eigentlich mal nach vorne. Und dann haben die die nicht gemeldet, wenn halt nicht. Ich war auch noch schön hinter der Spuren. Nö, ich war auch noch in der Spuren, nur gerade nicht. Ich wäre aber praktisch nicht. Ich wäre jetzt noch nicht noch am fahren. Dann wäre ich da rausgegangen und wäre da vorbeigefahren. Dann wäre ich also Peter der Wagner hier mit dem Mogen. Ja, ja. Das ist gut. Klingt gut. Was ist das? Nein, ich lache in Reibe. Außen sind alle losgefahren. Nö. Bisschen dumm, sagt das, aber auch. Nein. Willst du mir gleich einfach das in der Müllerhäfte noch geben? Unser Blick auf den Wettmarkt. 17,50 Minuten für Handy Rolf. Gibt es die 24 Minuten für Rolf. Kann ich das sprechen? Nein. 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 So, wir haben ja auch noch eine Pilafräde dazu. Ja. Ja. Nein. Nun sind wir das in der Müllerhäfte noch. Nein. Nein. Wir brauchen jetzt noch viel Kohl. Danke. Willi, du musst es einfach? Das ist ein Lachen. Echt? Ja, das ist das? Ja, das ist das? Ja, das ist das? Okay, das ist das? Ja, das ist das? Ja, das war's, das war's. Ja, das war's. No, ja, und das ist nicht zu gehalten, weil das auch nicht das auch machen. Aber es ist ein Lachen, also auch nicht zu gehen. Ja, das ist nicht so wichtig, dass die Euro stehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017